Mein Name ist Sedic Menzi, ich bin 27 Jahre alt und mache die Weiterbildung an GIP-Band zum eignessischen Instandhaltungsfachmann. Ich habe ursprünglich Automärkte gelernt und bin eigentlich zu einem grösseren Bahnunternehmen gegangen. Da ich mich schon immer für die Elektronik und die Automation interessiert habe, war für mich klar, dass ich mich noch etwas weiterbilden möchte. Ich habe aber nicht genau gewusst, in welche Richtung, und so bin ich zur Berufsberatung in Bern gegangen und dort hat es gezeigt, dass der Instandhaltungsfachmann für mich den richtigen Beruf gewährt. In der Instandhaltungsfachmann war es auf dem Arbeitsmarkt sehr gefällt. GIP hat eine höhere Erfolgsquote bei der eignessischen Abschlussprüfung und das war mir sehr wichtig. Wenn meine Lehr- und Automärkte Scharki in Bern abschlossen, kann ich den Standort bei Lorena sehr gut. Für mich ist das Fuss vom Bahnhof sehr schnell eine Schuhe, aber auch mit dem ÖV ist die Schuhe sehr gut erreichbar. Im August hatte ich meinen ersten Schultag und da war für mich klar, dass das genau der richtige Entscheid ist. Meine Klasse ist einfach genial. Sie besteht aus 17 Leuten aus verschiedenen Berufsgebieten. Der Unterricht ist so gestaltet, dass man einfach vom Wissen von den anderen profitieren kann und das macht den Unterricht sehr spannend. Ausserdem hatte ich in der Ausbildung nur super Dozenten. Sie kommen alle aus der Praxis und wissen, von was sie reden. Ich habe die Weiterbildung gemacht, weil mich eigentlich beruflich verändern wollte. Und sogar das hat geklappt. Schon nach dem ersten Semester habe ich ein neues Job angebracht bekommen im Bereich Instandhaltung. Für mich war die Ausbildung an KIT Bern genau das Richtige. Wenn du Interesse an Technik bist, egal ob du jung oder alt bist, komm doch an KIT Bern deine Standhaltungsschule machen. Ich darf mich nach ein Wiedersehen bedanken. Ich habe die Unterricht zu sein. Untertitelung des ZDF, 2020